Moin liebe Freunde des Action-Adventures und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Overlord 2. Jawoll, es geht weiter mit der Plattform, die uns jetzt zu unserem neuen Portal bringen wird. Also ich denke mal, dass hier ein neues Portal sein wird, ein kleines. Ja, hier ist ein neues Portal. Wunderbar, sehr schön. Automatisch gespeichert und geheilt werden wir auch gleich und wir haben alle vier zur Verfügung. Sehr geil. Dann schicken wir mal die Roten nach Hause. Ich nehme mal zehn Grüne mit und zehn Braune. Weil wir hatten ja vorhin ein kleines Gebiet gesehen, wo hier Grüne Fontänen kamen, Giftfontänen. Von daher... Oh, da ist ein Zombie. Noch mehr Zombies. Das sind quasi die armen Schweine, die richtig Pech hatten. Ein Grund mehr, warum wir die Hütten jetzt der Halblinge wieder zerstören müssen, wie damals im ersten Teil. Nur dieses Mal halt, um zu verhindern, dass neue Zombies rauskommen und nicht um Halblinge zu verhindern. Achso, das ist nur ein Scherge, der was gefunden hat. Sterbt, ihr magischen Zombies! Gut. Übrigens, die zerstörten Sachen, die sind wieder durch diesen Rauch markiert, wie auch im ersten Teil. Sorry, aber ich habe nichts übrig für Zombie-Frauen. So, und den hauen wir auch gleich weg. Und dann kann auch das Ding kaputt gemacht werden. Dann sollten wir da schon mal wieder einigermaßen sicher sein. Sieht gut aus. So, was haben wir hier? Ah! Was haben wir denn hier? Hey! Geil! Noch mehr Schergen befehligen. Und ein weiteres Turm. Oh, wir können das sogar direkt selber einsammeln. Ja, das ist auch cool. So, nochmal ein paar Seelen. Geld. Geld ist immer gut. Und ich meine, ich hätte vorhin auch... Aber ich kann mich auch... Ich dachte nämlich zuerst, ich hätte ein Finsternes-Kristall gesehen. Oh, anscheinend... Jetzt können wir 40 Schergen befehligen. Genau, pissen wir schön ins Zelt. Alles in Ordnung. Da ist ein Kristall. Hab ich doch richtig gesehen. Es gibt also doch einen weiteren Finsternes-Kristall hier. Kristall. Natürlich. War ja klar. Na, wer weiß Bescheid. Das Spiel werde ich auch noch übrigens let's playen. Es ist nämlich Crash Bandicoot, die End-Saint Trilogy. Dort wird Cortex nämlich gesprochen von Eric Schäffler. Ne? Der ja bei Alex sehr viele Unsympathie-Punkte gesammelt hat. Eben halt durch seine Cortex-Synchro. Dabei finde ich, ist Eric Schäffler gar nicht so schlecht als Synchronsprecher. Da hat er in Naruto... Also, Naruto-Fans dürfte er vor allen Dingen durch seine Orochimaru-Rolle bekannt sein. Ne? Und er hat ja auch zum Beispiel in Alarmstufe Rot 2, Command & Conquer, hat er ja auch fleißig mitgesprochen. Also, Halleluja. Also... Der Mann war nicht untätig. Ach, hier können wir noch gar nicht durch, ne? Hm... Okay, hier können wir also noch nicht hin. Gut. Ja, stimmt. Stimmt, das hat den Grund. Hm... Da ist nämlich keine Kurbel und das hat alles, wie gesagt, seinen Grund. Wie viele Kristalle haben wir jetzt? Acht. Okay. Acht finsternes Kristalle haben wir jetzt. Was willst du denn? Wo ist er hin? Er hat dir sicher ein Versteck. Ob das das ist, nach dem wir suchen sollen? Ja, wäre ganz schön blöd, wenn wir versehentlich das verkehrte Geheimversteck finden. Ja. Römische Soldaten sind auch hier unterwegs. Oh, was ist das denn für einer? Das ist schon ein etwas besserer, Soldat. Was denn? Ich habe da eine Verfolger gerade aus dem Weg gerollt. Die große Scheidmacht des Kaiserreichs ist hierher unterwegs. Mh. Die Heiligen Fäer schickt mich, um euch, gegen mein besseres Wissen, einen Waffenstillstand anzubieten, wenn ihr mit mir in das letzte Heiligtum kommt. Einen Waffenstillstand? Hm. Schauen wir mal. Aber wer deine ehrenwerte Königin will mich reinlegen? Ah, da ist sie ja. Ich freue mich nicht, euch wiederzusehen. Aber wie es scheint, haben wir einen gemeinsamen Feind. Einen erbarmungslosen und mächtigen Feind. Ich meine Solarius Kaiserreich. Keiner von uns beiden kann seine Streitmacht allein bekämpfen. Oh, gleich bietet sie euch ihre Freundschaft an. Aber zusammen haben wir eine Chance. Ich wusste es. Niemand bietet eine jene Freundschaft an, solange er im Reichtum schwimmt. Ich weiß, wonach ihr in dieser Region sucht. Wenn ihr euch mit mir zusammentut, wird euch mein Leutnant Florian helfen. Hilfe bei der Suche nach dem Tomherz. Aber tun wir gut. Und anschließend können wir ihn immer noch töten. Hm. Einen Waffenstillstand. Wie du willst. Was habe ich denn jetzt als Aufgabe? Wieso ist Königin Fea jetzt markiert? Folgt Florian, um die Tomherzfragmente zu finden. Okay, also der Elf führt uns jetzt zu den weiteren verbliebenen Splittern, damit wir die einsammeln können. Kann man mal sehen, wie gut die ihre Aufklärung hier organisiert haben. Folgt mir, Geisel der Natur. Gehen wir. Kannst du mal aufhören, mich Geisel der Natur zu nennen? Mann, ich habe doch nur ein paar Robben getötet. Lass mich doch mal. Die waren im Weg. Und sowas ekelhaft Süßes muss aus dem Weg geräumt werden. Ich weiß, Lars. Was denn? Wie nett von dir. Wie er... Kannst du bitte mal woanders hinkotzen, Vieh? Hm, nicht schlecht, Geisel der Natur. Gehen wir weiter. Ja, ich habe manchmal auch meinen guten Tag. Mhm. Der kann springen, weißt du? Und unser Overlord, der schafft es nicht zu springen. Mano, ich will auch springen können. Ah, was haben wir denn hier? Ein blaues Portal, ja? Ja, blaues Portal. Gut. Unsere blauen sind vorne. Immerhin schon mal etwas. Die können ja schon mal sich umgucken. Ja, es gibt jede Menge Goldnuggets, aber wir müssen auch aufpassen, denn es gibt hier noch ein bisschen mehr zu finden als Goldnuggets und Turmsplitter. Dinge, die nicht so schön sind. Aber ich würde ganz gerne die anderen Schergen so lange... Ja gut, die Grünen brauchen wir, glaube ich, noch. Ohne die Grünen haben wir ein großes Problem. Aber die Braunen können wir nach Hause schicken und die dann durch Blaue ersetzen. Das würde ich nämlich ganz gerne machen, bevor wir weiter voranschreiten, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Außerdem ist dieses Gebiet wahnsinnig gut geeignet, um eine weitere Blaue dazu zu bekommen. Kommt zu mir, meine Blauen. Kommt zu mir, meine Blauen. Nein, habe ich nicht. Und da sehen wir schon weiteren Turmsplitter. Also ein Turmherz-Splitter. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. So, erstmal hier so ein bisschen die Umgebung. Wie gesagt, es kann nämlich plötzlich passieren, dass random einfach irgendwelche Zombies aus dem Boden kommen. Das wäre nicht hoffen, dass es passiert. Das wäre nämlich ziemlich doof. Außerdem, ihr habt es gerade vielleicht gesehen, uns tun, wie gesagt, die Sachen weh. So. Ah, ja. Ein weiteres Portal plus dementsprechende Schergenportale. Sehr schön. Dann können wir ja sogar... Genau, ey. Feines Elfenhündchen. Ah, hier kommen wir noch nicht weiter, glaube ich. Oder? Kommen wir hier schon weiter? Ne, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Schade. Musik läuft übrigens gerade keine. Das hört ihr Gold richtig. Also, ihr seid nicht die einzigen, die gerade keine Musik hören. Ich höre auch keine. Ihr solltet euch nicht zu weit entfernen. Ah, da ist Gold. Gold ist gut. Ja. Das klingt aber auch interessant, ey. So. Brennt denn da eine ganz hin, sag mal. Der rennt ja sonst wo hin. Das soll er gar nicht. Ja, hier wird es schon so komisch grün. Ja, das habe ich mir gedacht. Da ist nämlich eine Ecke, da kommen nur unsere grünen Schergen ran. Da ist ein Turmherz. Oh. Also, es lohnt sich zu erkunden. Also, es ist nicht so, dass es sich nicht lohnt, mal um die Ecke zu gucken, was so los ist. Grüne wollte ich haben. Danke. Sehr schön. Damit haben die Grünen ihren Zweck erstmal erfüllt. Kann natürlich immer noch sein, dass sich irgendwo was Grünes befindet, wofür ich die brauchen werde. Aber bis dato... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier jetzt nicht plötzlich irgendwelche Zombies aus dem Boden kommen. Oder irgendwas anderes. Ich glaube, es gibt nämlich noch ein paar mehr Gestalten als die Zombies. Die sich hier rumtreiben. Also auch nicht... Ich meine auch nicht die Schnecken. Also, es gibt wirklich noch was Schlimmeres als die Schnecken. Was man nicht unbedingt so ohne weiteres treffen möchte. Und es gibt hier wahnsinnig viele... Oh. Wir haben gerade ein weiteres Turmherz gefunden. Zufällig. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Grünen nach Hause schicken. Und die ebenfalls durch Blaue ersetzen. Dann haben wir nämlich ein komplettes Team von Blauen. Geht ihr mal nach Hause, Grüne? Blaue? Kommt zu mir. Ich glaube, die bringen Gold mit. Ja, manchmal muss man den Jungs ein bisschen helfen. Das ist aber nicht das Problem. Ist ja lieb von denen, dass sie an mich denken und Gold mitbringen. Oder an uns denken und Gold mitbringen. Da oben habe ich nämlich gerade was gesehen. Das ist nämlich... Ja, ich habe mir gedacht, ich brauche die roten noch. Seht ihr das da oben? Seht ihr das da oben? Das Zappel, ne? Was glaubt ihr, was das ist? Na, was glaubt ihr? Es werden noch Wetten angenommen. Vielleicht könnt ihr es schon erblicken. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich konnte sie auf jeden Fall gerade sehen. Ich kann euch auch sagen, was es ist. Es sind Schergen. Es sind Schergen. Mutierte Schergen. Das ist kein Witz. Diese Schergen haben damals wohl den Turm bewacht. Und sind dadurch mutiert. Und was aus ihnen geworden ist, habt ihr ja gerade gesehen. Sie sind größer geworden und hässlicher. Ich weiß nicht, ob sie vom Endgegner des ersten Teils sind. Das weiß ich nicht. Und ich werde extra nicht verraten, wer es ist. Das sollt ihr nämlich selber herausfinden. Wenn ihr das Spiel schon kennt, dann wisst ihr es sowieso. Aber für diejenigen, die eventuell hier reinschauen und eben nicht den ersten Teil kennen, den kann ich nur empfehlen, schaut euch den ersten Teil bei mir an. Es lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken. Warum selbst arbeiten, wenn man die Elfen alles erledigen lassen kann? Üben. Oh, ich bin da recht. Ihr habt einen Zauberkatalysator. Ist das nicht unglaublich, was für Dinge einfach so herumliegen? Ja, da kannst du mal sehen, genau. Hauptsache, da pisst sich erst mal einer schön aus. Ist das sein scheiß Ernst, ey? Der pisst sich da einfach erst mal aus. Wer weiß? Das kann ich dir nicht sagen, genau. Das wird sich zeigen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier die Roten brauchen. Ohne die kommen wir hier nicht weiter. Also wir scheinen übrigens gerade großes Glück zu haben. Und normalerweise kann es echt passieren, dass aus dem Boden plötzlich ein paar Zombies rausgeflogen kommen. Hätte ich jetzt fast gesagt. Hier ist etwas. Feines Elfenhündchen. Gut. Damit können die Roten gefahrlos passieren. Hey. Rote. Nicht blaue. Rote. Sollen das Turmherz einsammeln. So. Teile 10 von 12. Wo ist denn der eine? Wir vermissen einen. Wo ist der eine hin? So. Immerhin. Das Turmherz haben wir auch. Hier hatten wir schon das Turmherz eingesammelt. Oder gibt es hier noch eins, von dem ich nichts weiß? Das kann natürlich auch sein, dass es hier noch eins gibt. Aber ich finde das auch so geil mit den Turmresten, die hier oberhalb rumfliegen oder rumliegen oder wie auch immer. Also das muss eine gewaltige Explosion gewesen sein. Warum selbst arbeiten, wenn man die Elfen alles erledigen lassen kann? Ich dachte gerade, das wäre so mies. Oh. Ich habe mir doch nicht so einen Schrecken an. Also das Gebiet kennen wir schon. Deswegen, ich bin jetzt gerade wild dabei, die blauen rumzujagen. Das ist ja nicht unbedingt das Problem. Ah. Wir haben uns ein paar Freunde mitgebracht. Ich kann es gleich liegen bleiben, Zombie. Und deinem endgültigen Tod ins Auge sehen. Na, Zombie? Und tschüss. Gerichtet. Von seinem Henkel. Was machst du denn da? So stehst du da rum wie so ein falscher 50er. Ah. Automatisch gespeichert. Uns fehlt nur noch ein einziger Splitter. Oh, das sieht dauerhaft aus. Sehr schön. Die verbessern sich auch nochmal ein bisschen. Schon haben wir alle Splitter zusammen. Nicht schlecht. So, jetzt folgen wir ihnen einfach mal. Ich finde das sowieso interessant. Er kann gefahrlos durchlaufen, ohne dass ihm irgendwas passiert. Nur wir müssen aufpassen. Wie man sieht. Wie man sieht. Ich bin hier, Florian. Oder Leutnant Florian. Ah ja, ich sehe da schon vier Portale auf der Minimap. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Gucken wir mal hier hinter, was hier noch ist. Nichts. 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 Okay. Ah ja, eine Barrikade. Okay. Irgendwas sagt mir, dass es gleich mächtig scheiße laufen wird. Ich schicke mal den Großteil meiner Blauen nach Hause. Denn ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ah, natürlich will die Schnecke mir den Weg blockieren. Ist ja klar. Bosskampf gegen eine Schnecke. Was sagt man dazu? Komm schon, Schnecke. Komm schon. Wie viel Leben hat die denn noch? Ah, die hat schon gut eingebüßt. Oh, wir auch. Geißel der Natur. Natürlich. War ja klar. Weg hier! Das ist der elende Elf. Gnade, Gnade, bitte habt Gnade. Wir brauchen keine Gnade, Elf. Wir haben Gerechtigkeit. In die Arena mit ihm. Nein, 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 nein. Königin Freya, rette mich. Rette mich. Ja, das wird mein kurzer Kampf in der Ergabe. Äh! Haut ab, Blaue. Verschwindet. Na komm her, Dickechen. Danke, du Idiot. Jetzt sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Uh, noch einer! Hey, danke für die Energie. Du kriegst mich niemals. Oder doch? Na, komm schon. Daneben. Na, komm her, wenn du dich traust. Das hat gut geklappt. Au. Wie hat er verloren? Wie oben? Bisschen was hat er verloren. Statt nur zu stampfen wie so ein Trottel, solltest du mal lieber kämpfen, Freundchen. Na komm. Schön gegenlaufen. Komm. Hier bin ich. Ach, Mann, oh. Sollst gegenlaufen. Ich will meine Schergen nicht riskieren, deswegen kämpfe ich lieber alleine. Riskiere ich lieber ein Game Over. Ach, Mann. Wir können auch nicht blocken, das ist voll blöd. Dass wir nicht blocken können. Ist voll gemein. Ich will blocken können. Komm her. Ist klar. Das werden die einfach noch. Schweinerei, du, echt. Renn doch einfach nochmal irgendwo gegen, ey. So ist gut. Schönen Anlauf nehmen. Sehr gut. Ach, Mann. Ich fall immer wieder drauf rein. Scheiße. Ich hab nicht mehr viel Energie, Freunde. Wenn ich Pech hab, sterbe ich gleich. Das wäre nach langer Zeit, war mir das erste Mal. Tatsächlich. Wir sind lange nicht mehr gestorben. Ach, Mann. Ja, danke. Das finde ich so scheiße. Du liegst und du wirst trotzdem getroffen und es wird trotzdem gewertet. Das finde ich voll gemein. Dass man nicht einfach sagt, so er liegt, zählt nicht. Fertig. Nein, es wird trotzdem gewertet. Finde ich echt streng. Also, du darfst nicht mal liegen hier. Also merken, drei Schläge ist ein Schlag zu viel. Wenn er betäubt ist, benommen ist. Ja, komm schon. Renn gegen. Renn gegen. Er rennt nicht gegen. Ja, war klar. Es war klar. Nochmal. Ja, ich bin tot. Macht nix. Machen wir nochmal. Ihr sagt nicht, ich muss den ganzen Weg nochmal rennen. Muss ich jetzt ernsthaft alle Splitter nochmal einsammeln? Oh, nö, ne? Ist jetzt nicht euer Ernst. Und Zombies haufenweise. Das tut mir leid, Leute. Ich dachte, er würde direkt beim Kampf wieder anfangen. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Und jetzt bauen direkt Zombies. Das ist sowas von unfair. Alter Bescheißer. Ich hab's doch gewusst, dass du es wieder nicht lassen kannst und bescheißen musst. Mann. Elendige Bescheißerei. Das nervt. So, brauchen wir denn jetzt noch einen Splitter oder haben wir jetzt alle oder was? Ne, wir haben alle. Okay, dann ist ja gut. Ich hab echt schon gedacht, so scheiße. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Ne, Gott sei Dank. Trotzdem werde ich unsere Schergen gleich nach Hause schicken. Ich will den Riesen alleine kriegen. Ich will meine Schergen nicht riskieren dafür. Für so einen Arsch. Das ist der letzte Teil. Damit wir in das Heiligstum zurückkehren können. Nix da. Du schlägst mich nicht, du Mist-Sau. Vorteil ist ja, dass die Schnecken schön lahmarschig sind. Das ist echt ein Riesenvorteil. Uh, hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ich hänge fest. Ich komm nicht weg. Oh, ist das eine bescheißer Taktik. Diese Feiglingstaktik. Ich hasse sowas. Scheiß Feiglinge. Weg mit dir, du scheiß Vieh. Diese kackfeiglingstaktik, ey. Oh, jetzt kommen wir ja die Kaiserlichen. Die blöden Pisser. Weg hier. Was ist der elende Held? Gnade. Gnade. Bitte habt Gnade. Wir brauchen keine Gnade, Held. Wir haben Gerechtigkeit. In die Arena mit ihm. Nein, 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 Königin Veja, rette mich, rette mich. Sie wird dich nicht retten, Mann. Ja, das wird nicht zerkampfen in der Arena. Immerhin erspart es, euch die Arbeit, ihn zu töten. Tschüss. So, jetzt müssen wir uns dem anderen Riesenbaby noch stellen hier. Aber ich glaube, diesmal stehen wir energietechnisch doch etwas besser da, als das mal zuvor. Ja, komm. Schön gegen die Wand laufen. Kennst du ja schon das Prozedere. Dass sie nicht das tun, was sie sollen, verdammt. Sie sollen einfach nur gegen die scheiß Wand laufen. Das kriegt er nicht hin. Ja, komm. Komm. Zweimal. Ausgetrickst. Penner. Siehste, wusste ich doch, dass wir ihn so kriegen. So sparen wir Lebensenergie. Ja, komm her. Komm. Sein braver Riese. Oh, schade. Komm, schlag zweimal um dich, wie so ein Irrer. Ja, komm. Ja, komm. Als Model war übrigens The Rock tätig. Nein, ist ein Witz. Nicht ernst gemeint. Nee, nicht ernst nehmen. Oh, Mann. Er soll einfach nur gegen die scheiß Wand laufen. Das kriegt er nicht hin, ey. Selbst dafür zu blöd. Na komm, schlag nochmal. Du sollst schlagen, du Penner. Danke. So, und jetzt schön gegen die Wand rennen, wenn es geht, ja? Ja, und ich stehe natürlich mitten im Weg. Toll. Das war jetzt natürlich unhilfreich, äh, denn je. So, komm. Das geht doch. Warum nicht gleich so? So. Ja, genau. Schlag schön um dich. Bringt dir eh nix. Gleich nochmal. Und nochmal. So, und jetzt kriegt man wieder schön deinen Rage-Modus. Kriegt er nicht. Jetzt kriegt er ihn. Aber ohne Erfolg. Schlagen. Schlagen. Ich mach das gerade spannender, als es nötig ist eigentlich. Aber naja, gut. So, komm. Mensch, nochmal schlagen. Mein Gott, nochmal. Jetzt soll er aber dagegen donnern. Jawoll. Ich bin der einzig wahre Riese, mein Freund. So. Hab ich mir jetzt gegönnt. Oh, trotzdem, trotzdem bin ich gut weggekommen. Ho, ho, ho. Gut. Na komm, du Riesenbaby. Versuch mich doch zu kriegen. Du kannst mich nicht kriegen. Sagt er und ist einmal gestorben. Wenn wir den Riesen besiegt haben, ist auch Part Ende. Entweder den Riesen besiegt haben oder Game Over ist, je nachdem. Oh, ich denke mal, dass wir den Riesen kriegen würden. Na komm, schlag nochmal. Tja, Pech gehabt, mein Freund. Na komm. Ja, wir haben ihn platt gemacht. Geil. Gut, Freunde. Wie es dann im nächsten Part weitergeht, beziehungsweise wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Euer Lars sagt tschau. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.